Grüßeng! Nachdem ich das letzte Mal meine Sachen über die Landwirt.com App so gut verkauft hab, hab ich mir gedacht, wenn das so easy-cheesy geht, dann mach ich da weiter. Ich bin jetzt draufgekommen, dass man bei der App auch Viecher verkaufen kann. Das ist quasi das Barship unter den Bauern. Und das Beste dran, es ist gratis. Und wenn was gratis ist, dann bin ich live dabei. Dann probieren wir das mal aus. Weil vor allem zur Versteigerung fahren hab ich keine Zeit. Mit den Viehhändlern diskutieren kostet mir zu viel Nerven. Der Arm hat mir immer die Eierwascheln voll, weil die Leasingraten für sein Mercedes wieder gestiegen ist und er mir deswegen viel weniger zahlen kann. Und wenn ich das in der einen Bauernzeitung inserieren will, dann kostet mir das Länge mal Höhe zum Quadrat. Deswegen inserier jetzt meine Viecher da auf der Landwirt.com App. Da hätten wir jetzt einmal die Bertha Burge zu verkaufen. Die Bertha ist 2019 geboren, ist eine reinrassige Fleckvieh Mutterkuh und hat bisher zwei Kalben gekriegt. Und auf diesem Weg sucht die Bertha einen neuen Bauer, der gut auf sich schaut. Wenn ich jetzt sag, ich hätte lieber einen Einsteller, ich hätte auch zwei Ochsen anzubieten. Da hätten wir mal den Günther. Der Günther ist letzten Sommer auf die Welt gekommen. Und den Ronaldo. Er hat seinen Namen aufgrund seiner flinken Hinterhufe. Und er ist im Jena geboren. Bade Ochsen sind fleckvieh Anguskreuzungen. Sie sind beide nicht stubenrein, aber dafür kinderlieb. Falls jetzt die Bertha Burge, der Günther oder der Ronaldo euer Interesse geweckt haben, dann schaut sie rein. Und falls ihr eure Viecher auch auf Landwirt.com verkaufen wollt, probiert sie es aus. Konto erstellen, dann bei meinem Konto links aufgedrucken, Kleinanzeige erstellen, aufgeladen, fertig. Das ist voll leicht. Sogar ich hab das geschafft. Pfiertenk.